Der Goldene Hirsch in Ipsitz feiert Weihnachten kulinarisch und musikalisch. Mit dabei Professor Martin Ortner mit eigenen Liedern sowie Stefan Pöchacker unter anderem mit Brahms und Dvorak am Klavier begleitet von Ulrich Hofmeier. Aber auch aus der Küche kommt Klassisches. Küchenchef Stefan kredenzt ein viergängiges Menü, das einer hohen Küchenkunst gleichkommt. Auch der Ipsitzer Gesangverein ist mit einem Ensemble vertreten. Reservieren Sie gleich Ihren Tisch. Musik und Menü um 40 Euro, ohne Menü bereits um 10 Euro. Ein frohes Fest wünscht der Goldene Hirsch.